Die Erde vom Mond aus gesehen. So klein, dass ich sie mit meinem Finger abdecken kann. Unsere Heimat ist verletzlich, einzigartig und sie ist einfach wunderschön. Der Schutz dieses blauen Wunders. Ja, das ist eine gewaltige Aufgabe. Unsere Mission, die Mission Erde. Eine Reise in die Zukunft unseres Heimatplaneten. Mission Erde. Exklusiv in Ihrem Planetarium.